Ähm, ja bitte? Wer ist da? Hier ist alles ruhig. Keine verdächtigen Vorkommnisse, keine weiteren Anschläge auf der Hafenbovron. Captain Quinn ist ein ausgezeichneter Offizier. Ich bin hier in guten Händen. Barras falscher Jedi ist immer noch auf einem Fuß. Er führt Jedi gegen Siss, die sich Darth Barras Willem widersetzen. Mein Agent Schattenhand ist ihm auf den Fersen. Leider ist Schattenhand von feindlicher Artillerie festgesetzt worden. Er hat unsere Informationen, aber er musste die Kommunikation einstellen, um nicht erwischt zu werden. Ich werde die Informationen direkt abholen. Schattenhand steckt auf der anderen Seite des Akzialparks, hinter dem Koronetzor fest. Der Park ist eine Kriegsfront. Dort finden schwerste Kämpfe statt. Wir haben einen Unterschlupf in diesem Sektor. Dort wird Schattenhand warten. Ich werde mir eine Schneise durch die Kämpfe bahnen, um mich mit eurem Mann zu treffen. Wenn ihr Interesse habt, es gibt doch eine gute Gelegenheit, den Kampf zu unterstützen. Die Bomben, die Schattenhand den Weg versperren, behindern unsere Bodentruppen im Axiantalik. Wenn ihr unterwegs die Artilleriestellung zerstören könntet, wäre das sehr hilfreich. Wie auch immer, Schattenhand wird euch alles sagen, was ihr wissen müsst, um Barras Jedi Spion zu stellen. Wir reden weiter, wenn die Sache erledigt ist. Können diese Cis und Möchtegern Schüler auch irgendwann alleine oder denken die sich... Ich glaube, das denken die sich nämlich... Beherrschung, Ausdauer, Angriffskraft, Nulligkeitswert... Nehmen wir mit, zieh an. Was hat sie an? Äh, Charaktergefährte. 34, 45, ja. Okay. Nehmen wir mal das hier. Ich habe nämlich keine Lust, mich da nochmal durchzuboxen. Es sei denn, wir müssen hier in die Nähe. Irgendwohin. Wo ist denn der olle Park? Da hinten. Äh, okay. Ne, da müssen wir da wohl nicht. Piep, 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 piep. Los, porten Sie sie. Dankeschön. Okay, okay. La, 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 la. Hello. Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Ich möchte da hin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ich danke Ihnen. Bin ja immer nett. Freundlichkeit zu Droiden. Ich sag's euch. Das ist wichtig. Merkt euch das für die Zukunft. Wir stehen ganz kurz vor SkyNet. Ganz kurz. Es fehlt nicht mehr viel. Ich frag mich, was das für ein Ding ist. Guck mal, hier unten ist noch eine Spur. Das ist bestimmt so eine Art Magnetschwiebelbahn. Technology. Axialpark. Ah, das ist super. So. Wo müssen wir denn dann, 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 dann hin? Im Norden. Ab in den Norden. Du, 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 du. Jetzt hab ich die Quest gar nicht. Ich hab die. Und wieder zurück. Weil wenn der uns hier nämlich auch hinschickt. Oder noch andere Quests. Zu machen hat. Dann müssen wir alles doppelt und dreifach machen. Da hab ich auch keine Lust zu. Also wieder zurück. Tut mir leid. Ich weiß. Ja, boah. Boah, Drehwerk. Sei doch mal ein bisschen konzentriert. Ja, ist nicht immer alles so einfach. Außerdem können wir hier wieder mit der schönen Bahn fahren. Guck mal, diesmal sind wir hier unten. Das ist eine hin und zu... Ah, ah. Verstehe die Konstruktion dahinter. Ist gar nicht so blöd. Sollten die beiden Züge auch mal ganz daneben einander, übereinander. Erstens, Platz, das spart, äh, spart das Platz. Und zweitens... Hat es weitere... Gründe, warum das besser ist. Die ich jetzt hier nicht nennen kann, weil... Ist hier ein Let's Play von Star Wars und kein... Technik... Let's Play. Blablub. Okidoki, wo ist er denn? Der Major. Herr Major, Herr Major. Die Waffenladungen für die Rebellen sind ein Fälle mal gestoppt. Der Widerstand ist gebrochen. Gut gemacht. Seht ihr, was man mit etwas harter Arbeit erreichen kann, Major? Klappe, Daben. Darth Decimus wird das hören wollen. Decimus? Major, brav mit Blitz. Und mein guter Freund. Was gibt es Neues über die Vorräte der Rebellen? Zerstört, mein Lord. Der Widerstand im Tal der Arbeit ist besiegt. Das stimmt nicht ganz. Ihre Waffen sind in Flammen zum Opfer gefallen. Doch die Rebellion hier lebt immer noch. Ich bin mir ihrer Hartnäckigkeit bewusst, Ratsmitglied. Der Geheimdienst überwacht die Bedrohung durch die Rebellen. Die Würmer sind in die Tunnel unter Coronel City zurückgekrachen. Wir müssen jetzt handeln. Ich würde mich dort nicht ohne einen Plan hineinwagen. Diese Tunnel sind Selonianer-Gebiet. Wenn diese pilzigen Fremdlinge Teil des Widerstands sind, werden wir sie von Corellia jagen. Geduld, Major. Die Selonianer sind starke Kämpfer. Und diese Tunnel sind ihr Nest. Eure Männer würden keine fünf Minuten überleben. Das ist längst nicht alles. Ich habe Holos von einer Bande gesehen, die die Tunnel angegriffen hat. Sie wurden in Stücke gerissen. Danke für die Aufmunterung, Dabin. Genau das wollte ich hören. Ich halte euch nur auf dem Laufenden. Natürlich hätte ich diese Tunnel schon vor langer Zeit säubern lassen, wenn ich für Corellia zuständig gewesen wäre. Die Rebellen sind dort unten und arbeiten mit den Selonianern zusammen. Sie folgen den Befehlen ihrer Baumutter Morthill, einer grausamen Kämpferin. Ihre Tunnel sind die Rettungsleine der Rebellen, um Truppen und Vorräte unterhalb von Coronet City zu transportieren. Nehmt Morthills Bau ein und wir werden die Rebellion zerschmettern. Die Tunnel der Selonianer werden schon bald dem Imperium gehören. Stürmt das selonianische Labyrinth und kümmert euch um sie. Sobald ihr drin seid, werden imperiale Truppen ihnen den Fluchtweg abschneiden. Was euch betrifft, Dabin. Ich benötige eure einzigartige Sicht der Dinge anderswo. Nehmt die erste Raketenbahn zum Axialpark. Wartet dort auf meine Befehle. Sofort, mein Lord. Corellias zukünftiger Premierminister steht euch gern zu Diensten. Zähmt die Selonianer oder tötet sie. Möge euch die dunkle Seite führen. Was? Mich führt hier niemand. Vor allem nicht an der Nase rum. So, können wir das hier irgendwie hinein? Nun gut. Siehst du, muss ich nämlich da unten hin? Hier da durchkommen? Oder ob ich hier oben? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung und davon eine Menge. Ich habe keine Ahnung. Das bringt euch ganz viel Blödsinn ein, den ich rede, damit ich das überspielen kann, dass ich keine Ahnung habe. Hilft ja. Scheinbar. Star Drive, Konstruktionsviertel. Wer hier zwischendurch knacken hört, das ist der Stuhl. Oh, viele Leute, die es noch nicht wissen. Es sieht aus, als wenn hier ein Vieh liegt. Ich tue das aber nicht. Denn er ärgerte sich. Er ärgerte sich. Denn es war Sommer. Wo müssen wir denn hin? Da unten müssen wir hin. Das hier reicht es. Das sind die Salli-O-Rana. Majorana. Bajorana. Das ist das falsche Universum. Na, Freunde? Oh, das sind die Thundercats. Thundercat, Thundercat, Thundercat. Hm, 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 hm. So. Oh Gott. Sander geht's. Sander geht's. Okay. Bin fort. Bin fort. Äh. Fort Astra. Oder so. Quietsch. Ich kann ja kein Transportmittel benutzen. Na gut. Thundercat. Thundercat. Wenn ihr euch fragt, was mit mir nicht stimmt, ja. Das, äh, ist ein Geheimnis. Ja, du hast immer was gut. Du hast immer was gut, Schätzchen. Alter. Gut, dass ich kein Face-Game habe. Ich möchte nicht wissen, was ich hier für komische Fratzen manchmal mache. Ich möchte nicht. Ne. Hast du denn mal... Manchmal ist das merkwürdig. Aber nicht immer, aber immer öfter. Du willst das hier nicht tun. Warum kann ich die denn nicht mit meiner Macht überreden? Können das überhaupt dunkle Sith Claws? Bin mir da gerade nicht sicher. Und die sind ja mehr auf Wut aufgebaut und nicht so bla bla. Mann. So. Okay. Okay. Die. Welche Richtung? Die Richtung? Die Richtung. Einfahrt den Straßenverlauf folgen. Oder wie wir das aus Star Wars kennen. Weiter auf Ziel zu. Du. Du. Ich. 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 Mutti nicht da gerade Mutti Mutti liebt Tieter Kogler Stuttgart Korrelia ist unter neuer Führung beeindruckende Arbeit wie dumm von den Rebellen mit eurer Macht gegenüber zu treten Ich bin General Hesker Imperiale Garde Darth Decimus hat uns zur Unterstützung gesagt Wie angenehm für euch genau in dem Moment zu erscheinen dem Mortal gefallen ist Die flüchtenden Rebellen haben uns aufgehalten Ich musste große Mühen auf mich nehmen um euch zu erreichen Wir haben den Bau flankiert und die Tunnel hinter uns zum Einsturz gebracht Das Transportnetzwerk der Rebellen ist zerstört Was die Selonianer angeht lässt Darth Decimus ihr Schicksal in unsere Hand Wir werden auch den letzten Selonianer auf Korrelia töten und wir fangen mit euch an Ich werde eure Befehle übermitteln Kein Selonianer wird verschont werden Endlich können wir uns auf unseren Kampf gegen die Republik konzentrieren Korrelias einst markenlose Axialpark ist jetzt ein Kriegsgebiet Die Republik kämpft verzweifelt darum ihn wieder unter ihre Kontrolle zu bringen Darth Decimus hofft, dass ihr die Offensive anführt Wir haben die Tunnel zum Einsturz gebracht die rausführen Also müsst ihr eine Raketenbahn zum Axialpark nehmen Kommt zu meiner Garnison Wir werden sie zerschmettern Kommt zu meiner Garnison Wir werden sie zerschmettern Hä? Was willst du zerschmettern? Eine Garnison? Warum? Hä? Nur gut Ähm Wo müssen wir denn danach hin? Axialparken Dann können wir da eigentlich direkt hin Eiern, oder? Hm Ich denke schon So Nicht quatschen Porten Genau Ich werde an dieser Stelle aber eine kleine Aufnahmepause machen Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Wenn es heißt Star Wars The Old Republic Mit mir Dem Drehwerk Bis dahin Habt noch viel Spaß Mit den Videos Und wenn sie euch gefallen Lasst ein Like da Denn Da YouTube ja Jetzt andere komische Ideen hatte Sind Likes und Kommentare Wichtiger denn je Ihr müsst mich nicht abonnieren Aber ein Like Und Oder ein Kommentar Wäre schon ganz Nett Wir sehen uns Wie gesagt In der nächsten Folge wieder Bis dahin Auf Wieder Ciao Tschüss